Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Packed Well in the Mod by Pick the Beast! Also heute fangen wir mal an mit der Thermal Expansion mit Redstone Open, Polarizer, Sägewerkwerk, ich möchte euch mal zeigen wie das geht Wenn das Dachshun meldet, äh, ja, wenn das Dachshun meldet, äh, ja, wenn das Dachshun meldet, äh, es meldet, ach, leck mich um den Arsch Oh, ey, komm, jetzt auch noch, jetzt geht's los Dann können wir nämlich, brauchen wir das Teil nochmal, den Müllstein, weil dann macht Polarizer nämlich alles schön automatisch Das ist nicht so geil, so, der Polarizer heißt der So, wie jeder weiß, das ist Hammer Zack Das da, machen wir hier Aber ich glaub, ich hab da noch was, ja, ich hab acht Stück noch alles lang So, das da weiß auch wieder jeder wie es geht, ja, die man meistens spielt, kennt das auf jeden Fall Also, da muss ich eigentlich alles haben Mal gucken Yes! Aber du, Redstone Open Äh, Redstone, Polarizer, sorry So, jetzt hier Das haben wir eben gebrannt Und zwei, zack rein Und zacka Das haben wir jetzt auch Super Da Dann können wir den Strat hier Und hier ausstellen Jetzt gehen wir grad noch, den Ich brauch noch einer Generator Zum Beispiel Dann kann man kippen Also, das ist tot Wir kochen Ijo Och Gott, da ist jetzt alles so geil Zack Mh Mir fällt grad ein Ich brauch hier noch Energy Convents Mehr Mehr Schießt! Ähm, mal getrunken, wieder! Oh, er hat das Ding! Guck mal, ob ich das denn alles wirklich nicht da hab! Oh, was ist denn dann? Ja, die hier... So, kreuscht jetzt mal nach hinten rein... Zip, zip, mehr Komponenten am Platz! Guck mal, hier, zack! Zack! Ja, clever! So, einfach hier... Ich guck mal, da ist okay... Wollen wir echt mal achten! Jetzt seht ihr hier, oben... Das... Guck ich mal, ob ich hab... Puh, gereißen kann... Ah, guck mal! Hier haben wir alles... Und jetzt ist hochgeladen... Nee, jetzt sind wir nochmal hier... Outgelockseite... Ähm... Aus, aus... Ja, das stimmt... Dann... Mal, ich hab die nächste... Ach, guck mal! Auch, guck mal! Auch, guck mal! Äh, ich brauch auf jeden Fall Kupfer... Ich hab die Kupfer... Ich hab die Kupfer nicht mehr... Oh, doch! Holz! Oh, ich hab alle Kiste! Zapp! Ähm... Oh, ich hab die Kupfer noch mal! Ich hab die Kupfer und ach, die Kupfer auch nicht mehr... Ich hab die Kupfer zu. ZACK! Immer 2 raus! Doch, wenn du kommst! Möchtest du dann noch schneller? Möchtest du hier rein? Super! So, dann haben wir jetzt mal das da. So, jetzt aber... Nochmal wieder... Add... Big... Jetzt sind wir schon von unserem Korrektor. In Englisch. Hä? Wo sind die? Hä? Ja, ich bin hier. Ähm... Ja... Hm... Hm... Ah... Ach, wo sind die? Ey, ich hab doch so... 4... Ah! Natürlich! Ähm... Super! Wo ist mein... So? Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Hier sind noch ein! Mein Rucksack ist nicht mehr da! Ich glaube, ich bin hier rein! Hä? Das kann echt nicht... Ähm... Die Rucksack kann echt nicht sein! Hä? Warum hab ich jetzt keinen Rucksack mehr? Ich hab mir jetzt keinen Rucksack gemacht! Ich hab mir jetzt keinen Rucksack gemacht! Was? Hä? Hä? Nein, das ist... Das ist jetzt echt bitter! Oh Mann! 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 Äh! Sorry! Ich geh mal kurz hoch! Mal mal wieder rein! Das kann ich ja mal machen! Einmal! Zack! Äh! Nein! So! Zack! Da ist immer noch... Warum? Ach! Leck mich mal! Ist er vielleicht... Vielleicht schon mal noch vorbei! Äh, du bist doch... Oh Mann! Was? Ganz ehrlich... Wo ist das? Der kann doch nicht kaputt gehen, oder? Oder doch? Da ist die Kohle leer! Super! Mein Herz! Jep, Kohle leer. Machen wir doch nur... Ach, ich bin nicht mehr so viel Kohle. Noch was mit dem Löwe rein. Nicht nur fisch. Noch noch Kohle. Noch noch Kohle. Ich brauch Kühe. Kühe, Kühe, Kühe. Machen wir halt nur noch den Rucksack. Wenn es so ein Bug ist, ey. Kann auch nichts... Machen. Sorry. Das ist echt saurig. Ich hab wieder Fleisch. Mh, echt traurig, ey. Warte, ich hab vielleicht Glück gehabt. Vielleicht liegt der hier rum. Oh, ich zweifel. Ich hab den aber nie ausgezogen. Wieso brauch ich mich, wo der ist, ey? Ah, da hab ich was rübergemacht. Fuck. Mit denen hab ich's gemacht. Änser. Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich hab alles draußen. Wie nicht? So... Das ist jetzt ja so gut, bitte. Oh, Mann. ... und dann... ... als ich erst mal wieder... ... verarmt gehen. Also, ehrlich gesagt, die Tertel-Lust... Ah, nee. Moment mal. Ich glaub, irgendwo unten bei meinem Tertel-Durchgang... ... hab ich noch ein bisschen Funden-Cole... ... die ich verwenden könnte. Ich glaub auch sehr viel die es waren. Hm. So traurig. Ja, ich hab jetzt die Smell-Teil-Durchgang... ... hier runtergepasst. Ah, ich seh, da war's noch hier oben. Ich hab jetzt hier ein paar Sachen gemacht, aber... ... darauf komm ich jetzt bis zum Sonderbillen zurück. So, fertig. Ui... ... der Beste ist immer schön. Tak, tak. Tup. Ähm, was krieg ich noch machen? Zehn. Ne, mal. Zehn noch. Zack. Und da hinten. Sack, los. Der. Das geht so hatzfatz bei dem. Das... ... assig. Und der ist auch der. Und da ist er, da. Du, 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 du. Weg. Da hat auch irgendwo... ... die Kote geschworen sind jetzt noch. Ich muss sehen. Nein, funktioniert nicht. Kann ich schon rausgehen. MAAAAN. Ich fisch von Franzese schon mal auf Bett hierher. Becken. Mal zitieren. Steintag mitnehmen, solche. Stop. Und ... ... ... ... Ja... nicht...szuck weg. Weg weg. Weg weg. Weg weg. Weg weg. Weg weg weg. Dasẽ als ich... Man muss gleich dasuschen… Oh intelligent… Oh, vocabularie. Geist mir nicht so viel zu bauen So, jetzt kommt's runter Oh, jetzt sind wir jetzt auch mal Oh, fucken hab ich schon gesehen Fucken Toad im Recht So knapp ist wieder die Toad Aber später werde ich sowieso mehr Kohle haben als alles andere Ey, das kann aber nicht sein Dass er weg ist Das kann's doch nicht sein Na, egal, ich schrieg nicht mal an Und so Unrufe auf Und mal hier irgendwie Noch hier erfüllen Sehr viel Eisen sogar Ja, endlich ein Enderman Enderman? Hallo? Hallo? Ich hätte mal erwischt Dann geh ich mal weiter runter Oh, guck mal, noch mehr Eisen Wo ist das denn? Ja, ich habe schon hier 10 Eisen gefunden Jetzt haben wir hier 10 Eisen gefunden Gek No, weiter geht's So, geht's nochmal runter Obwohl wenn die Toad Okay... Hier ist die große Kurve... Schlappt nicht... So, äh, ja... Nein, da ist doch schon gut... Stimmt, hier geht es nicht weiter... Nein, nein, nein... Wir haben ja mal aufgehört hier in der Stelle... So... So, ich gehe mal gerade aus, Leute... Nein, nein, nein... Nein, da gibt es doch mehr so weiter unten meine Sachen... So, da muss man schon... Du, du, du... Hier, nein... Hier... Da drauf... Juh... War noch hier irgendwas... Besonderes... Abgeboten... Zeit... Immer gerade aus... Da bin ich immer noch draußen... Ein paar Mal runter... Ich sage... Das... Das war's... Eis... Ich hab noch... Bis jetzt noch... Wichtiges für mich eigentlich ist Cola... Ich hätte auch eigentlich... Aufmerksamke... Hm... Hm... Aaah... Das war's... Äh... Das war's sehr klar... Also, lecker... Das ist jetzt schon ein wenig... Nein, nein... Nein, nein... Ernsthaft! Ich habe das richtig eingelang! Dreck, boom... So... Awww... Wieso komme ich jetzt hierher wieder? Ich habe doch geschlafen Oh, was ist denn da? Der Blit wurde zerstört Scheiße Soll ich den ganzen Lieder auf meine Sachen holen? Aber ich glaube, das ist ein Grabstein-Dies mal dabei Und Notiz für mich? Immer! Echt! Immer! Fuck! Sonst passiert es nicht, der wird nochmal Jetzt werden wir mal grad die Fol- äh, die Folgen Wenn ich grad zu meiner Sachen zurückkomme und dann Wenn ich grad schnell dies folge Dann gehe ich nach Kohle farmen Eventuell noch was auf die Axt drauf machen Dass ich dann Holzkode kriege Weil... Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit So viel Holzkode zu kriegen Alter, bin ich weit gelaufen! Nein! War jetzt cool, aber ich hab nichts dabei Bin ich eigentlich richtig mit dem Haus? Hau... Hau... Ich haus grad in eine andere Richtung Ich schweiz mit mir Das will man ja gleich sehen Lass mich in Ruhe! Lass mich! Lass mich! Oh oh... Ich glaub... 200 Löcke noch... Noch so ein verfickten Fieper-Ei Noch so ein verfickten Fieper-Ei Und noch... Oh ja... Tup, 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 tup... Tup, tup, tup... Doch ich bin richtig... Ah... Nein, es geht doch lieber so rum, bitte Nicht le- AHH... Fuck, 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 fuckack Fuck, 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 fucking... Es r Oh.... Die helter, die schweiz ? Ey? Ich hab doch nur partnered... trojente- Oh... ... und so instructions, was sagen wir mal auf... Ich glaub, das hängtから mein Internet zusammen Mein Internet ist zwar nicht so, ist zwar gut, aber auch nicht so besonders gut. Ich habe ein Skelett, ich bin gleich wieder tot. Hehehehe, nein! Verdammt. Okay, ich will endet jetzt mit der Folge, ich komme dann so wieder zurück. Also dann, wer es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn nicht, bitte in die Kommentare schreiben, warum. Aber ansonsten, bis zum nächsten Mal, tschö mit dir!